So ihr Lieben, das wird jetzt hier, das wird heute ein schönes Video. Normalerweise bin ich ja derjenige, der bestimmte Recherche betreiben muss, der nachgucken muss, okay, was erzählst du jetzt über Thema A und B, vielleicht bestimmte Eigenschaften, die ich über Dinosaurier erfragen muss oder andere Sachen, die ich eben im Internet recherchieren muss. In diesem Video jetzt hier allerdings stelle ich euch die Fragen. Ja, das hier wird ein Quizformat werden, beziehungsweise wir gucken erstmal, ob das Ganze ein Format wird. Das wird erstmal jetzt so eine kleine Testphase werden. Ich werde euch bestimmte Rätsel stellen, dazu gibt es aber noch ganz wichtig, bestimmte Regeln. Ja, wenn ihr an diesem Quiz jetzt hier teilnehmen wollt und eurem besten Freund, eurer Freundin, eurer besten Freundin, eurer Familie, wem auch immer beweisen wollt, dass ihr die besseren Jurassic-Experten seid, dann könnt ihr hier an diesem Rätsel gerne teilnehmen oder ihr schnappt euch einfach eine Tüte Chips und genießt das Ganze jetzt hier. Ich habe mir sogar eine kleine oder zwei kleine Regeln für euch ausgedacht, die ihr bei diesem Rätsel oder bei diesem Quiz hier beachten solltet, um dieses Quiz wirklich, so wie ich es mir gedacht habe, mitzumachen. Zum einen werde ich euch hier logischerweise Fragen stellen, das ist die Essenz eines Quizzes. Nachdem ich euch diese Frage gestellt habe, habt ihr allerdings erst einmal sieben Sekunden Zeit. Nachdem ich euch die Frage gestellt habe, habt ihr erst einmal sieben Sekunden Zeit und könnt schauen, ob ihr die Frage vielleicht aus eigener Kraft heraus selbst beantworten könnt, ohne Tipps zu bekommen. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt einen imaginären Buzzer irgendwo unten und ihr spielt das Ganze wirklich mit Freund, Freundin, Familie, wem auch immer. Dann buzzert ihr, wenn ihr das Ganze wisst und sagt schon einmal innerhalb der sieben Sekunden, was die Antwort ist. Wenn die sieben Sekunden abgelaufen sind, stelle ich euch vier Antworten vor. Eine von den vier Antworten ist natürlich richtig. Solltest du deine Antwort allerdings schon abgegeben haben, logischerweise, dann darfst du jetzt nicht mehr mitraten. Die Person, die übrigens gebuzzert hat, ist auch die einzige Person, die eben jetzt antworten darf. Das heißt, sogar wenn jetzt die vier Fragen aufploppen, darf die andere Person nicht mehr antworten. Solltest du die Antwort allerdings nicht wissen, dann warte einfach ab, bis eben die vier Fragefelder aufgetaucht sind und buzzer eben erst dann. Und auch hier darf eben nur die Person antworten, die gebuzzert hat. Ganz wichtig hierbei ist, solltest du die Frage innerhalb der ersten sieben Sekunden beantworten, quasi in dem Zeitraum, bevor die vier Antworten aufploppen, erhältst du zwei Punkte. Solltest du die Fragen erst dann beantworten können oder die Frage erst dann beantworten können, wenn die vier Felder aufgeploppt sind, erhältst du nur einen Punkt. Und solltest du die Frage eben nicht wissen oder falsch beantworten, erhältst du gar keinen Punkt. Ihr könnt das Ganze auch gerne noch ein bisschen erschweren, wenn ihr das möchtet und eben auch sagen, nein, wenn jemand eine falsche Antwort gibt, bekommt die Person einen Punkt abgezogen. Oder eben wenn die Person innerhalb der ersten sieben Sekunden eine Frage beantwortet, bekommt die Person sogar zwei Punkte abgezogen. Ihr könnt das Ganze also auch gerne ein bisschen variieren, wenn ihr das möchtet. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach an mit den Rätseln. Und ja, viel Erfolg und viel Spaß mit dem Video. Ach, was war das schön damals im Kino. Beziehungsweise im Kino ist eigentlich Quatsch. Ich habe Jurassic Park 1 das allererste Mal gesehen, da war ja schon auf VHS draußen. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, wo wir zum allerersten Mal einen echten Dinosaurier gesehen haben. Und das CGI von Jurassic Park 1 mag genau in der Szene ein bisschen schlecht gealtert sein. Aber die Wirkung ist immer noch dieselbe. Und wir sehen dann ja, wie der Brachiosaurus dann auftaucht und sich eben erhebt und die Blätter von dem Baum abreißt. Und dann kann Dr. Alan Grant es überhaupt nicht erwarten. Er muss einfach ein paar Fragen stellen. Und es platzt so aus ihm heraus. Und dann kommt die Frage, wie schnell können diese Tiere überhaupt laufen? Und John Hammond antwortet ihm darauf hin und gibt ihm quasi einen Vergleich, wie schnell diese Tiere laufen können anhand eines T-Rex. Aber wie schnell konnte denn der T-Rex jetzt laut John Hammond wirklich laufen? Okay, lasst uns da mal gucken, was wir jetzt dann hier für verschiedene Antworten haben. Konnte der T-Rex A 36 kmh laufen? Konnte der T-Rex B laut John Hammond 52 kmh laufen? Konnte der T-Rex C 63 kmh laufen? Oder konnte der T-Rex Antwort D 25 kmh laufen? Die Antwort ist natürlich, der Tyrannosaurus Rex wurde im Jurassic Park mit 52 kmh Temperatur, wollte ich gerade sagen. Quatsch. Tempo gemessen. Ich bin mir sicher, das wussten sogar die meisten von euch. Und jetzt werdet ihr wieder mal schreiben, ah Tobi, das ist alles so einfach, das ist so simpel. Wir machen einfach mal weiter mit Frage Nummer 2. Der Jurassic Park hat verschiedene Sicherheitsmechanismen dafür entwickelt, dass die Dinosaurier nicht, naja, exponentiell an Land kommen oder eben sich vermehren können. Zweiteres ist dabei sogar wichtiger als ersteres. Das an Land kommen ist hierbei gar nicht mal so stark berücksichtigt worden, zumindest in den Filmen nicht. Aber die Ausbreitung der Saurier sollte eben ganz stark reguliert werden. Sollte im Jurassic Park eben ein Unfall passieren, was dann, wer hätte es gedacht, auch wirklich passiert. Zum einen haben wir hier den Lysinplan, der dafür sorgen soll, dass die Dinosaurier, die eben, naja, künstlich mit Lysin ernährt werden müssen, um zu überleben, sollte irgendwas im Park passieren, einfach keine Lysin mehr erhalten würden und dann sterben würden. Das Ganze hat natürlich, wie wir wissen, nicht ganz so gut funktioniert. Der andere Plan, der zur Sicherheit dienen sollte, ist es gewesen, nur weibliche Dinosaurier zu züchten, damit diese sich eben nicht fortpflanzen können. Das ist eine Tatsache, die Dr. Ian Malcolm, Ellie Settler und die gesamte Gruppe von... Von wem haben die diese Info eigentlich erfahren? Wer hat der Gruppe gesagt, dass alle Dinosaurier weiblich sind? Schauen wir doch mal nach, was wir für Antworten haben. Wir haben einmal, war es John Hammond gewesen? Das könnte ja definitiv so sein. John Hammond hat ja quasi der gesamten Gruppe eine Einführung in den Park gegeben mit diesem schönen Kino, wo er sich dann selber auch öfter geklont hat. Also war es eventuell John Hammond. War es Robert Muldoon, der, als er auf die Gruppe getroffen ist, eventuell genau das an die Gruppe weitergegeben hat, dass alle Tiere nur Weibchen sind und dass man sich deswegen, naja, nicht unbedingt Gedanken um eine Überpopulation oder eine unkontrollierbare Population der Tiere machen sollte? War es Mr. DNS selber gewesen, der eben auch in einer Präsentation erwähnt hat, ja, alle Dinosaurier sind Weibchen? Oder war es Dr. Henry Wu, der das Ganze im Labor erzählt hat, als sie dann gerade den Velociraptoren beim Schlüpfen beobachtet hatten? Ja, vollkommen richtig. Dr. Henry Wu hat genau diesen Fakt an die Gruppe weitergegeben. Wahrscheinlich wusstest du sogar das. Ich schätze mal, dass auch das nicht allzu schwer für dich gewesen ist. Deswegen ziehen wir doch jetzt mal ein kleines bisschen mehr an und schauen, was für ein Jurassic-Profi du wirklich bist. Erinnert ihr euch noch an den ikonischen Satz von Dennis Nedry, Dodgson, Dodgson, wir haben Dodgson hier, in dem Moment, wo dieser eigentlich versucht, so anonym zu bleiben, wie es irgendwie geht und Dennis Nedry dann einfach unsympathisch, wie er halt auch sein soll. Ich fand es eigentlich ganz sympathisch. Louis Dodgson's Namen herausballert und dieser daraufhin eben anfängt, naja, Dennis Nedry noch mehr zu hassen, als er laut Buch Dennis Nedry schon vorher gehasst hat. Die beiden unterhalten sich so ein bisschen und dann später erfahren wir, dass Dennis Nedry die Embryos aus dem Jurassic Park stehlen soll, in so einer Rasierschaumdose. Dort soll er eben alle Embryos hineinpacken und die aus dem Park schleusen, um sie dann an Louis Dodgson und logischerweise auch Biosen weiterzugeben. Aber was bekommt Dennis Nedry eigentlich? Also wie viel Dollar hat Louis Dodgson Dennis Nedry eigentlich versprochen, wenn er die Embryos zu ihm bringen würde? Lasst uns mal gucken, was wir hier als Antworten haben. Waren es eine Million Dollar? Waren es 1,5 Millionen Dollar? Waren es 2 Millionen Dollar? Oder waren es 2,5 Millionen Dollar? Die Frage ist schon nicht ganz einfach, finde ich zumindest, aber ich bin auch ein Zahlenlegastheniker. Also ich hätte von meiner Warte aus jetzt in diesem Quiz nicht sagen können, dass Louis Dodgson Dennis Nedry 1,5 Millionen Dollar versprochen hat, wenn er die Embryos zu ihm schafft. Aber so ist es eben wirklich gewesen. Ja, 1,5 Millionen Dollar wurden Dennis Nedry versprochen. Bleiben wir aber gleich mal im selben Szenario. Wie lange hat Dennis Nedry eigentlich Zeit gehabt, um die Embryos da rauszuschaffen? Also was hat Louis Dodgson nochmal gesagt, wie lange die Kühlung in der Rasierschaumdose überhaupt anhält? Lasst uns mal schauen, was wir da für vier Antworten haben. Waren es 12 Stunden? Waren es 24 Stunden? Waren es 36 Stunden? Waren es 43 Stunden? Natürlich waren es 36 Stunden, du wirst es wahrscheinlich gewusst haben. Ich hätte zumindest diese Antwort jetzt hier gewusst, während ich die Antwort davor wahrscheinlich auch nicht ganz gewusst hätte. Aber schauen wir nochmal weiter, was für ein Jurassic-Profi du wirklich bist. Spinnen wir das ganze Szenario mal ein bisschen weiter. Dennis Nedry hat es geschafft, in den Jurassic Park zu gelangen. Macht ja auch Sinn, er ist immerhin dort angestellt. Er deaktiviert die Sicherheitssysteme im Park, schafft es dann, die Embryos zu entfernen und hat dann eine bestimmte Laufzeit, um vom Jurassic Park aufs Boot zu gelangen. Was sagt Dennis Nedry selber? Zitat von ihm. Ich habe so und so lange freie Bahn. Wie lange hat Dennis Nedry freie Bahn, um die Embryos aus dem Park zu schaffen, nachdem er die Sicherheitssysteme abgeschaltet hat? Würde ich es wissen? Nein. Okay, wir schauen uns mal die vier Antworten an. Waren es 18 Minuten? War es eine halbe Stunde? Waren es nur 5 Minuten? Oder waren es 16 Minuten? Es waren tatsächlich 18 Minuten. Wie kommt man auf eine Zahl... Wie kommt man auf 18 Minuten? Wieso wird er nicht aufgerundet? Ist aber auch egal. Dennis Nedry als Elektrospezialist wird dann wahrscheinlich die genaue Zeit gewusst haben. Es sind genau 18 Minuten. Das ist auf jeden Fall die Lösung. 7 Uhr Uhr morgens auf dem East Dock. Mach sicher, dass er es richtig bekommt. Wie planst du, die Sicherheit zu verlieren? Oh, ich habe eine 18-Minute-Winne. 18 Minuten und deine Firma hat 10 Jahre von Forschung. 18 Minuten hat Dennis Nedry freie Laufbahn gehabt, um die Embryos aus dem Park zu schaffen. Und da brechen wir ganz kurz mal die geschichtliche Fragerunde und machen hier mal ganz kurz eine Zitatfrage mit rein. Wie endet der folgende Satz und von wem ist er? Was haben die hier zu bieten? Punkt, 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 Fragezeichen. Ist die Antwort A Dinosaurier von Dr. Alan Grant? Ist die Antwort B Godzilla von Dr. Ian Malcolm? Ist die Antwort, das war eben B, ist die Antwort C King Kong von Dr. Ian Malcolm? Oder ist die Antwort D das Ende der Welt von Dr. Ali Sadler? Der Satz lautet natürlich im Kompletten Was haben die hier zu bieten? King Kong von Dr. Ian Malcolm Das war jetzt schon wieder ein bisschen einfacher Jetzt kommt aber eine Frage Es ist nicht die letzte Frage hier in dem Quiz Aber eventuell die schwierigste Und das ist auf jeden Fall eine Frage Die, ich schätze mal, die müsst ihr raten Ich würde es auch nicht wissen Und zwar begeben wir uns jetzt zum Lunch Zu der Lunch-Scene aus Jurassic Park 1 Wo ja dann alle Beteiligten Dr. Ian Malcolm, Dr. Ali Settler, Dr. Alan Grant Der Anwalt Donald Gennaro und John Hammond Zusammensitzen und eben über den Jurassic Park diskutieren Was hat der Park für Vorteile? Was hat der Park für Nachteile? Es gibt also ganz viele verschiedene Ansichten Die dann da aufeinanderprallen Beziehungsweise eigentlich nur zwei Ansichten Die eine Seite sagt, das ist cool Die andere sagen, ey, ist vielleicht eine dumme Idee Was hierbei aber noch viel wichtiger ist Ist das Essen Das sie in diesem Augenblick essen Ja, was sie da essen Das wissen wir wahrscheinlich alle Meine Frage wäre allerdings Als die Szene beginnt Sehen wir am Anfang Wie Dr. Ali Settler diesen Seebarsch vorgestellt bekommt Wie viele Stücke vom Seebarschfilet hat Dr. Ali Settler auf ihrem Teller? Ei! Ist vielleicht ein bisschen fies Ja, mag sein Ich hätte es nicht gewusst Ich hätte auf jeden Fall die falsche Antwort gegeben Ich sage euch gleich, welche Antwort ich gegeben hätte Wir blenden aber hier erstmal ganz kurz die vier möglichen Antworten ein Waren es zum einen vier Stücke War es nur ein Stück Waren es drei Stücke Oder waren es fünf Stücke Also ich persönlich hätte auf drei Stücke getippt Aber das ist falsch Es sind fünf Stücke Vom Seebarsch Ist eine Info, die ihr nie wieder in eurem Leben brauchen werdet Und genau deswegen wird die sich bei euch hier festsitzen Ist genau wie in der Schule Ihr werdet es nie wieder vergessen Versprochen Okay, nach dieser Frage machen wir mal etwas leichteres Wenn ihr dieses Quizchen mit Freunden oder Familie spielt Habt schon mal eure Hand über dem Buzzer Denn das ist eine Frage, die jeder von euch beantworten kann Es geht jetzt hier nur darum, wer die Antwort zuallererst weiß Ich weiß nicht, ob es hier sogar Sinn machen würde Nochmal vier verschiedene Antworten einzublenden Wir machen das aber trotzdem nochmal Trotz allem würde ich sagen, jeder von euch weiß es Deswegen jetzt Hand über den Buzzer Und drei Zwei Eins Wir beginnen am Anfang von Jurassic Park Welches ist der allererste Dinosaurier, den wir in Jurassic Park wahrnehmen? Ich glaube, jetzt werden einfach alle Hände auf die Buzzer draufschlagen Hier gibt es glaube ich niemanden, der jetzt sagen wird Hm, war das vielleicht der? Ich glaube, das ist vollkommen klar Wir blenden jetzt hier trotz allem nochmal alle vier möglichen Antworten ein Wäre es A, der Velociraptor Wäre es B, der Brachiosaurus Wäre es D, der Parasaurolophus Oder wäre es D, ich habe die Buchstaben glaube ich wieder vertauscht Der Tyrannosaurus Rex Wir müssen hier glaube ich gar nicht so lange warten Die Antwort ist natürlich der Velociraptor Jetzt meinen wir vielleicht einige Moment, der erste Dinosaurier ist aber der Brachiosaurus gewesen? Nein Der Brachiosaurus ist der erste Dinosaurier, den wir wirklich sehen Der erste Saurier, den wir wirklich wahrnehmen Ist der Velociraptor Deswegen könnte es nicht der Brachiosaurus gewesen sein Aber ich denke mal, er hätte das Ganze auch schon so gewusst Machen wir weiter mit zwei schnellen Zitatrunden Von wem stammt folgendes Zitat Das sind Schritte, die die Erde erbeben lassen Ich bin einigermaßen beunruhigt Stammt das Zitat von A Dr. Alan Grant Von B John Hammond Von D Nee, diesmal machen wir es richtig Von C Ian Malcolm Oder von D Sarah Harding Natürlich Dr. Ian Malcolm Sagt dieses Zitat Als er auf dem Auto Auf dem Jurassic Park Wagen Hinten drauf sitzt Und dann eben der T-Rex aus dem Gebüsch rauskommt Und Ian Malcolm aber schon vorher Die Schritte des T-Rex hört Und eben mitbekommt, dass das Tier sich nähert Wer sagt folgendes Zitat Draußen im Park sterben Menschen Stammt das Zitat A Von John Ray Arnold Stammt das Zitat B Von John Hammond C Von Robert Maldun Oder D Von Ellie Sadler Das vollständige Zitat Lautet übrigens Draußen im Park sterben Menschen Würden sie das System also bitte abschalten Zumindest war das sinngemäß das Zitat Jetzt bitte steinigt mich nicht wieder Das ist aber nicht genau der richtige Wortlaut Ihr wisst, wie ich das Ganze meine Und ja, die richtige Antwort ist natürlich John Hammond sagt das Ganze zu John Ray Arnold Und daraufhin wird dann eben, naja Das System abgeschaltet Und das führt uns jetzt auch zur letzten Frage Egal wie euer Punktestand jetzt gerade ist Haltet die Finger schon mal bereit Das ist jetzt eine Frage, die eventuell nicht jeder weiß Aber ich glaube die meisten irgendwie schon Hört auf jeden Fall ganz genau zu Ellie Sadler begibt sich kurz darauf hin Als sie dann den Strom des Parks wieder anschalten wollen Damit das Sicherheitssystem wieder aktiviert wird In einen der Bunker Dem Bunker, wo sie dann später eben auch auf das Riesenbiest trifft Dem Velociraptor Der auch später Robert Maldun tötet Wichtig bei dieser Frage ist allerdings zu wissen Was steht denn wirklich auf dem Schalter Den Ellie Sadler zuletzt aktivieren muss Damit das System wieder angeht Ich habe jetzt versucht so ein bisschen abzulenken Und ein bisschen weiter zu gehen Und dann wieder zurück zu springen zum eigentlichen Thema Blenden wir hier einfach mal alle vier möglichen Antworten an Ist es zum einen Push to Close Zum anderen Push to Open Ist es C, Push to Activate Oder ist es D, Shutdown Die Antwort ist natürlich Push to Close Ja, das sagt John Hammond am Telefon oder am Walkie Talkie zu Ellie Sadler Als sie dann eben den Strom wieder anschalten soll Und dann macht sie das eben auch Und daraufhin kann sie dann eben jedes Gehege einzeln komplett wieder anschalten Und ja, dieses Push to Close zu aktivieren Sorgt eben dafür, dass der Strom wieder freigegeben wird Und dann eben, wie gesagt, Ellie Sadler Die einzelnen Module und eben Gehege wieder anschalten kann Jetzt schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare unten rein Und sei wirklich ehrlich, wie ist dein Punktestand bei der ganzen Nummer Wie viele Fragen hast du gewusst, wie viele hast du nicht gewusst Ist das ein Format, was man öfter mal wiederholen könnte Ja, ihr werdet es schon gemerkt haben Ich habe jetzt hier lediglich Fragen aus Jurassic Park 1 genommen Wenn dieses Format gut bei euch ankommt Würde ich das Ganze auch nochmal weiterführen Mit noch einem weiteren Rätsel über Jurassic Park 2 Über Jurassic Park 3 Über Jurassic World und eben auch Fallen Kingdom und Dominion Und dann zum Abschluss dieses Ganzen Das würde ich dann nochmal ein großes Quiz machen Mit wirklich fiesen Fragen aus der gesamten Jurassic Reihe Schreib mir deswegen mal deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein Ob du so ein Format gerne haben würdest Dann würde ich das natürlich in Zukunft immer weitermachen In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao